Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge der UfoTV Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Newsflash. Ein kurzes Update über wichtige aktuelle Themen, bevor wir uns dem Elefanten im Zimmer zuwenden. Big Bang. Lou Elizondos Buch ist erschienen und zeigt bereits jetzt enorme Auswirkungen. Hier ein erster Überblick und einige Ankündigungen. Die UfoTV Wochenschau oder auch UfoTV News präsentiert meist zwischen fünf und acht Themen. Das ist durchaus gerechtfertigt, da sich auf dem Gebiet der UAP seit mindestens einem Jahr ständig Neues und Wichtiges tut. Es wäre mir also nicht schwer gefallen, auch heute eine Episode mit mehreren großen Themen zu füllen. Aber das Erscheinen des Buches von Lou Elizondo überschattet praktisch alles. Und natürlich wird das auch auf UfoTV News heute das Hauptthema sein. Darum zuvor nur ein kurzer Überblick über andere aktuelle, wichtige Ereignisse rund um das Phänomen. Wie vorige Woche an dieser Stelle und davor in Breaking News berichtet, hat die Vereinigung der Polizeipräsidenten der größten nordamerikanischen Städte, die MCCA, letzte Woche ein offizielles Dokument zur Einschätzung der Gefahrenlage durch Ufos herausgegeben. Wer sich näher dafür interessiert, und Links zu den anderen Berichten sowie zum Dokument selbst finden sich in der Beschreibung. Nun hat sich in der Sache erstaunlicherweise noch etwas Neues getan. Niemand geringerer als Ryan Graves, ehemaliger Kampfjetpilot und Whistleblower zu den UAP-Vorfällen an der US-Ostküste 2015, sowie einer der drei Zeugen vor dem US-Kongress im Vorjahr, hat auf Twitter ex bekannt gegeben, dass er von den Polizeichefs eingeladen wurde, sie näher zu dem Thema zu informieren. Das sind wichtige Neuigkeiten. Denn bisher hätte man die Publikation des Dokuments vielleicht nur als Fingerübung ansehen können, als rein theoretisches Positionspapier. Aber wenn die Polizeipräsidentin, Graves einladen, dann zeugt das eindeutig von ernsthaftem Interesse an der Sache. Ryan Graves ist ja auch der Gründer und Leiter der Vereinigung Americans for Safe Aerospace, eine Organisation, die sich für Offenheit und Transparenz rund um das Thema ausspricht, insbesondere was die Sichtungen durch Militär und Zivilpiloten betrifft. Um einerseits das Stigma solche Sichtungen und Reports darüber aufzuheben und andererseits, um für Gesetze zu lobbyieren, die das erleichtern. Wie gesagt, niemand, schon gar nicht die wichtigsten Polizeichefs Nordamerikas, laden so jemanden aus Jux und Tollerei ein. Wie Baptiste Triscourt, der Leiter des mehrsprachig erscheinenden europäischen Online-UAP-Magazins Sentinel News, berichtet, entwickelte sich die in den letzten News angekündigte Konferenz der Society for UAP Studies, kurz SUS, am vergangenen Wochenende, zu einem vollen Erfolg. Schon allein der erste Satz seines Artikels zeigt die enorme Aufbruchstimmung in der Wissenschafts-Community, was das Phänomen betrifft. Darin spricht Friscourt von der erstaunlichen Mischung an Wissenschaftlern aus den Geisteswissenschaften und MINT-Fächern, also Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik, die dort ihre Forschungsergebnisse präsentierten. Wir werden hier jetzt nicht näher auf die Details eingehen, aber jeder kann den Artikel gern selbst lesen. Die englischsprachige Version ist in der Beschreibung verlinkt. Übrigens liefert bereits der Titel des Berichts eine absolut optimistische Aussicht auf die Zukunft des Feldes. Er lautet The Birth of a New Science, Academic UAP Research, also die Geburt einer neuen Wissenschaft. Die akademische UAP-Forschung. Neuer Tic-Tac-Leak Kevin Day ist manchen vielleicht aus diversen UAP-Dokumentationen bekannt. Er war während des bekannten Tic-Tac-Vorfalls 2004 auf der USS Princeton für die Radarüberwachung zuständig und gab in zahlreichen Interviews Auskunft darüber, wie er über Tage hinweg eine ganze Flotte von unbekannten Flugobjekten auf seinen Geräten beobachtete und aufzeichnete. In einem emotionalen Facebook-Posting, in dem er beklagt, dass ihm diese Offenheit nichts als Unglück eingebracht habe, von Jobverlust, Überscheidung bis Morddrohungen, ging Day nun in die Offensive. Er habe genug davon, allein das Opfer und das Zentrum negativer Aufmerksamkeit zu sein. In Folge postete er die Namen aller damals am Vorfall beteiligten Navy-Offiziere, die alle Zeugen dieser Vorfälle wurden, aber dazu geschwiegen haben. Die Mehrzahl dieser Namen war bisher nicht bekannt. Joe Merger, the UFO Joe, kopierte die Nachrichten und publizierte sie gesammelt auf Twitter. Wer sich dafür interessiert, Link zu beiden in der Beschreibung. Ich vermute, dass dieses Outing noch Folgen haben wird. Denn auch wenn es in diesem Fall aus Frustration geschah, sehe ich das als ein weiteres Zeichen einer bereits spürbaren Wende. Immer mehr Whistleblower melden sich. Immer mehr Beteiligte, insbesondere Personen aus dem Kreis der Gatekeeper und an der Vertuschung beteiligte Firmen, werden geoutet. Der Stöpsel wurde aus der Wanne gezogen. Und wir sollten uns auf eine kommende und unaufhaltsame Informationsflut einstellen. James Fox hat fertig Ein zwar euphorisch, aber auch angespannt wirkender James Fox hat in den letzten Tagen immer wieder Updates über die Fertigstellung seines neuen Dokumentarfilms The Program auf Twitter gepostet. Inklusive Fotos und kurzen Video-Ausschnitten. Am Montag hat er nun triumphierend verkündet, dass der Film endlich fertig ist. In Antworten auf Fragen verrät Fox dann auch weitere Details. So wissen wir nun, dass der Film eine Stunde 42 lang ist und dass es noch keinen fixen Deal mit einer Streaming-Plattform oder anderen Filmvertrieben gibt. Und damit auch noch kein Erscheinungsdatum. Allerdings berichtete Fox, dass sein Agent sich den Film bereits angesehen hätte und diesem dabei wörtlich die Kinnlade heruntergefallen sei. Sein Agent sei nun daran, den Film den wichtigsten potenziellen Käufern anzubieten, über 30 an der Zahl. Ich gehe davon aus, dass diese Verhandlungen noch eine Weile dauern werden, aber im Zuge der Veröffentlichung des Buches von Lou Elizondo rechne ich doch mit einem raschen Abschluss und auch einer schnellen Veröffentlichung. Und somit mit dem nächsten wichtigen Ereignis des von mir schon an anderen Stellen angekündigten Disclosure-Herbsts. Was uns gleich zum Hauptthema der heutigen Sendung führt. In den Monaten der Erwartung stellten sich in Bezug auf das Erscheinen des Buches Imminent von Lou Elizondo hauptsächlich drei Fragen. Wird er darin Neues und Sensationelles berichten? Wird die Öffentlichkeit es wahrnehmen? Und wird es etwas bewegen? Alle drei Fragen kann ich wenige Stunden nach dem Erscheinen des Buches noch nicht endgültig beantworten. Aber nach dem, was ich bisher vom Buch kenne und darüber gehört habe, tendiert die erste Antwort bereits in Richtung Ja. Soll heißen, Leute, die sich bereits tief mit der Materie auskennen, werden darin vielleicht nur wenig absolut Neues finden, aber zumindest viele neue Details, die vorher nicht bekannt waren. So wie Namen von Personen und Programmen, Zeitabläufe und Internes aus dem Pentagon. Und wie mir scheint, verbirgt sich durchaus noch das eine oder andere Sensations-Nugget darin, das nur noch nicht ausgegraben wurde. Soll heißen, gefunden und weitläufig zitiert. Dieser Kanal wird jedenfalls definitiv noch ausführlich darüber berichten. Versprochen. Mehr dazu, in welcher Form, am Ende des Beitrags. Nun zur zweiten Frage. Auch die lässt sich bereits mit einem vorsichtigen Ja beantworten. Überraschenderweise war es die New York Times, die als erste einen Kurzbericht und eine Kurzbesprechung des Buches präsentierte. Und nicht nur das. Die Autoren des Artikels waren niemand geringerer als Leslie Keen und Ralph Blumenthal, die die ganze Enthüllungswelle ja vor sieben Jahren erst ausgelöst hatten. An der gleichen Stelle. Das stimmt optimistisch, denn in letzter Zeit schien sich die New York Times eher auf skeptische Berichterstattung zu spezialisieren. Möglich, dass dieser Bericht nun ein Zeichen dafür ist, dass die Enthüllungen von Elizondo und damit auch die von Grush auf den Seiten der großen alten Dame der amerikanischen Qualitätsmedien in Zukunft ernster genommen werden und vielleicht auch mehr dazu publiziert wird. Der Artikel erschien auch im Print und sparte durchaus nicht mit Beschreibungen der heißesten Themen in dem Buch, wie unter anderem das seit Jahrzehnten laufende Programm zur Bergung abgestürzter UFOs, dessen Betrieb und Vertuschung durch eine streng geheime Gruppe, bestehend aus Regierungsbeamten, die mit Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen zusammenarbeiten. Die Existenz von technischen sowie biologischen Überresten. Elizondos Aussagen Augenzeuge von einigen davon zu sein, sowie seine eigene Begegnung mit schwebenden Orms. Als nächstes verkündete Ross Calthard in der 55. Folge des Podcasts Need to Know erstmals, dass noch diese Woche ein exklusives und langes Interview von Lou Elizondo und ihm auf News Nation gesendet werden wird. Darüber hinaus konnte Calthard allerdings gar nichts sagen, da er sich verpflichtet hatte, sich vor der Sendung nicht öffentlich darüber oder auch nur über das Buch zu äußern. Das tat dann sein Kollege Bryce Säbel, wenn auch eher spekulativ. Link zum Podcast in der Beschreibung. Kurz darauf erschien ein Trailer zu dieser Sendung, die in den USA am Freitagabend ausgestrahlt werden wird. Eine Version auf YouTube ist also bei uns im Laufe des Samstags zu erwarten. Einen Tag davor gibt es übrigens auch noch einen sogenannten Online-Talkshop, in dem Elizondo live sprechen und Fragen beantworten wird. Link auch dazu wie zu allen anderen hier erwähnten Berichten und Sendungen in der Beschreibung. Gleich nach der News Nation Ankündigung folgte die nächste Überraschung. Die Daily Mail berichtete in einem Artikel nicht nur ausführlich über das Buch, sondern stellte auch das erste Videointerview mit Elizondo online, das erste, das er seit Jahren gegeben hat. Darin wiederholt er einige seiner Kernbehauptungen. Mein persönlicher Eindruck dabei ist, dass Elizondo im Gespräch befreit wirkt und einfach glücklich ist, nach Jahren des erzwungenen Schweigens öffentlich sprechen zu können und dabei weit über das hinaus zu gehen, was er bisher schon ausgesagt hat. Aber damit nicht genug. Am Montag war Elizondo live Gast bei der CBS-Morgenshow. Das Bedeutende daran war nicht nur, dass er dort ebenfalls alle Behauptungen von geheimen Regierungsprogrammen usw. geäußert hat, sondern dass dieser Besuch überhaupt stattfand. Abgesehen von Kabelsendern wie CNN und Fox News dominieren nämlich immer noch die großen klassischen TV-Stationen, das amerikanische Fernsehen, also ABC, NBC und eben CBS. Und trotz der Konkurrenz durch Kabelkanäle und Internet beziehen immer noch Millionen Amerikaner ihre primären Informationen aus deren Sendungen. Dabei ist das Frühstücksfernsehen besonders beliebt. Mit anderen Worten, Elisonders Auftritt auf CBS erreichte auf einen Schlag Millionen von Leuten, die von der ganzen Angelegenheit rund um die UFO-Aufklärung bisher vermutlich noch rein gar nichts mitbekommen haben. Ob das ein Einzelfall bleibt oder vielmehr das Startsignal für eine größere Welle der Berichterstattung auch in anderen Mainstream-Medien sein wird, wird sich noch zeigen. Tatsächlich ist das Buch ja gerade erst erschienen. Ich vermute, dessen schockierende Inhalte werden sich durchsprechen und die breitere Berichterstattung spätestens nach dem Freitagsinterview auf NewsNation noch einmal Fahrt aufnehmen. Nicht zuletzt müssen jetzt ja alle erst einmal das Buch lesen. Apropos, dazu noch eine Anekdote. Eine UFO-TV-Abonnentin, die in der Umgebung von Wien lebt, hat mich letzten Samstag informiert, dass ihr über Thalia bestelltes Exemplar von Elisonders Buch bereits an jenem Tag, also am Samstag, geliefert wurde. Drei Tage vor dem offiziellen Erscheinungstermin in den USA. Auf mein Ersuchen hin hat mir Marlena3515 Beweisfotos gesendet, die ich dann mit ihrem Einverständnis hier als News im Mitgliederbereich und später auch auf Twitter gepostet habe. Der Widerhall war enorm. Ich habe zwar keinen Beweis dafür, aber es könnte sich tatsächlich um das erste ausgelieferte Exemplar weltweit gehandelt haben. Sicher jedoch um eines der ersten. Sogar Patrick von Vetted hat das in einer seiner letzten Sendungen erwähnt. Nun, inzwischen haben natürlich viele Leute weltweit das Buch, vor allem da es Dienstag um Mitternacht Ostküstenzeit als E-Book und Hörbuch online gegangen ist. Kurz noch zur dritten Frage. Ob die Veröffentlichung tatsächlich etwas bewirken wird und die sprichwörtliche Nadel bewegen oder die Waagschale senken, wird sich erst zeigen. Es gibt aber auch hier schon erste Anzeichen für ein deutliches Ja. Harald Malmgren ist Wissenschaftler und war Botschafter und internationaler Unterhändler. Er war leitender Berater der US-Präsidenten John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon und Gerald Ford sowie mehrerer US-Senatoren. Dazu noch Berater diverser Staats- und Regierungschefs sowie von CEOs von Finanzinstituten und Unternehmen. Also alles andere als niemand. Und dieser 89-jährige Herr verlinkte auf seinem Twitter-Account am Montag den Auftritt von Lou Elizondo auf CBS und schrieb dazu Der Mann mag kein allgemein bekannter Promi sein, aber er ist zweifellos eine einflussreiche Persönlichkeit, dessen Aussagen ebenso zweifellos noch immer von vielen bedeutenden Leuten wahrgenommen werden. Vermutlich gehört er sogar zu jenen, die etwas mehr wissen als die Allgemeinheit. Jedenfalls hat er das in früheren Aussagen angedeutet. Wenn also so jemand so etwas schreibt, hat es Bedeutung und könnte ein erstes Zeichen dafür sein, dass Lou Elizondos Buch tatsächlich einiges bewirken wird. Warten wir es ab, dieser Kanal wird berichten. Und damit kommen wir zum versprochenen Ausblick. Also, dieser Text entstand Dienstagmittag und ich spreche ihn jetzt gerade am Dienstagnachmittag in die Kamera und nach einer Bearbeitung am Dienstagabend wird er in der Nacht auf Mittwoch online gehen. Das heißt, ich hatte noch keine Zeit, das Buch komplett zu lesen. Erst wenn ich das getan habe, werde ich hier eine ausführliche Analyse präsentieren. Ob erst nächste Woche bei den nächsten UFO-TV-News oder schon davor am Wochenende als Breaking News oder möglicherweise als Langformat-Nachspiel, kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich empfehle daher allen, die es bisher noch nicht getan haben, diesen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Dann werdet ihr zuverlässig darüber informiert. Allerdings werde ich mich schon davor zu dem Buch äußern. Am Mittwoch werde ich zumindest das meiste davon nämlich bereits gelesen haben und den Rest zumindest überflogen. Ausreichend, um an einer Diskussion mehrerer Experten teilzunehmen, zu der ich von Robert Fleischer eingeladen wurde. Wir werden das Gespräch am Mittwoch aufnehmen und es wird entweder noch am Mittwochabend oder spätestens am Donnerstag auf exomagazin.tv erscheinen. Sobald es einen Link und eine Ankündigung gibt, werde ich sie hier auf ufo.tv posten. Damit komme ich langsam zum Schluss. Das heißt, diese Wochenschau fällt damit um einiges kürzer aus als die meisten anderen. Aber ich brauche, ehrlich gesagt, einfach Zeit, um Elizondos Buch zu lesen. Ganz in der Luft hängen lassen möchte ich euch aber nicht. Und daher hier meine bisher gewonnenen wichtigsten Erkenntnisse. Erstens. Das Buch ist wie angekündigt in erster Linie eine Autobiografie. Und Elizondo schreibt sie in einem packenden und spannenden Stil. Langweilig wird einem dabei auf keinen Fall. Und in der Audioversion, die er selbst vorliest, klingt das Ganze gleich noch einmal intensiver. Zweitens. Ja, er erzählt einiges Neues. Aber vor allem sehr viele Details, die so manches von dem, das wir bereits wissen, verständlicher, greifbarer und fassbarer machen. Und uns eine zuvor nicht bekannte Timeline geben. Die Realität unserer Freunde von außerhalb, wie er sie gerne nennt, und die Realität der Beschäftigung von Teilen der US-Behörden mit ihnen, sowie ein geheimes Rückbauprogramm, stehen danach eigentlich außer Zweifel. Drittens. Und obwohl das vorerst nur weitere Worte sind, könnten wir dazu schon bald einige beweiskräftige Bilder geliefert bekommen. Schließlich steht nicht nur die Dokumentation von James Fox auf dem Programm, sondern zumindest noch eine weitere, von Elizondo selbst. So oder so wird das Buch nicht zu ignorieren sein. Wie weit die Kreise sind, die es ziehen wird, bleibt derzeit aber noch abzuwarten. Warbe eine. Das wär's diesmal mit der Wochenschau. Wie gesagt, etwas kürzer als gewohnt, aber dafür gibt's mehr von mir vielleicht schon heute oder spätestens morgen und möglicherweise sogar noch öfter in den nächsten Tagen. Daher noch einmal mein Ratschlag, diesen Kanal zu abonnieren. Außerdem bitte, bitte liken, kommentieren und weiterverbreiten. Das hilft der Verbreitung und Sichtbarkeit des Channels enorm und wir sind ja gerade jetzt in einer kritischen Phase, in der es gilt, immer mehr Leute auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Als Bonus könnt ihr gerne, wenn ihr Lust dazu habt, Kanalmitglieder werden, derzeit in den Rängen kleiner Grey, großer Grey und Reptilianer oder auch etwas im Merchandise-Shop kaufen. Die wichtigsten Informationen wird es jedoch immer und auch weiterhin an dieser Stelle gratis und für alle geben. Großes Ehrenwort. Das wär's jetzt wirklich für heute. Immer schön die Augen offen halten, in den nächsten Tagen vielleicht nicht nur, was Vorgänge am Himmel betrifft, sondern auch online betreffend Neuigkeiten rund um das Buch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.